Nummer 2, die Schlaftablette. Ach, ist das schön hier. Guckt mal Kinder, dieser schöne Leuchtturm da hinten. Der ist so groß und schön. Wow, tatsächlich. Ja Mama, der ist wirklich riesig. Und richtig schön. Und wer bekommt es mal wieder nicht mit? Natürlich unsere kleine Schlaftablette. Hallo, hallo, aufwachen, hallo. Das kannst du vergessen. Julia wird davon nicht wach. Sie schläft. Wenn sie einmal eingeschlafen ist, kriegst du sie auch nicht mehr wach. So ist es halt. Naja, dann sieht sie den Leuchtturm halt nicht. Ist auch nicht so schlimm. Wir können ja wiederkommen. Ey Julia, Julia, aufwachen. Guck mal, da ist ein riesen Hund. Julia. Äh, Lena, deine kleine Schwester wird nicht wach. Die schläft doch wie immer einfach wie ein Stein. Aber dann verpasst sie doch diesen coolen Hund. Tja, so ist das halt. Aber so schlimm ist das schon nicht. Na los, geht mal schaukeln. Viel Spaß. Aber ich möchte, dass sie endlich wach wird. Sie soll den coolen Hund sehen. Der hat doch so ein schönes rotes Halstuch. Julia, aufwachen. Ähm, entschuldigen Sie. Sie haben echt so ein faszinierendes kleines Kind. Ich hab's vorhin mitbeobachtet. Das schläft ja wirklich egal wie laut es ist. Oder was mit ihm gemacht wird. Ja, das ist ganz normal bei dem Kind. Das ist so eine richtige Schlaftablette. Das hätte ich auch gerne mal.